Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Trick gegen euren Lehrer in der Schule gewinnen könnt. Er hat keine Ahnung, versprochen. Ihr nehmt eine Münze und legt sie auf eine Flasche drauf. Die Aufgabe ist es, dass die Münze auf den Tisch fällt. Aber man darf nicht irgendwie auf den Tisch draufklopfen oder so. Das ist alles verboten. Natürlich darf man auch nicht pusten. Alles verboten. Passt auf. Wie das Ganze funktioniert, ist total simpel. Jeder kriegt Sinn. Und falls ihr mehr solche Tricks und Wetten lernen wollt, könnt ihr gerne hier und hier draufdrücken. Habt ihr draufgedrückt? Vielen, vielen Dank an alle. Ihr seid geil. Passt auf. Ihr nehmt die Flasche in eine Gefriertruhe rein oder in einen Kühlschrank für eine Stunde. Anschließend wärmt ihr die Münze in eurer Hand auf, bis sie ganz, ganz warm ist. Jetzt habt ihr folgende Situation. Die Flasche ist kalt. Die Münze ist warm. Ihr legt die Münze auf die Flasche drauf. Und zwar, wenn sie ganz, ganz warm ist. So. Und da die Hitze sich ausdehnt, fällt die Münze runter.